Ja, heute mal drei Tipps zum Thema Augenzeichnen. Verwende für die zarten Linien, für Wimpern beispielsweise oder für die feinen Äderchen, einen ganz feinen Druckbleistift, zum Beispiel 0,3 mm. Tipp 2. Verwische das Gezeichnete mit einem Papierwischer oder Wattestäbchen. Tipp 3. Zeichne wieder Linien darüber. So erzielst du einen herrlichen 3D-Effekt.